Der Wolf ist zurück in Hessen und vielen Menschen bereitet das Sorgen. Letztes Jahr gab es etwa im Werra-Meißner-Kreis Nachwuchs. Jetzt gibt es hier ein Rudel mit fünf Jungtieren. Immer häufiger wurden zuletzt etwa in Sontra Wölfe gesichtet und in Waldkappel haben die Kitas jetzt sogar ihre Ausflüge in den Wald gestrichen. Die Experten vom Wolfszentrum Hessen sagen aber, der Wolf ist nicht gefährlicher als etwa ein freilaufender Hund. Seit es den Wolf wieder in Deutschland gibt, habe es noch nie einen Angriff auf Menschen gegeben.